Und dann zum zweiten Video dieser Spieltagstipp-Kategorie oder neuem Format, wie auch immer das hier gemacht habe seit letzter Woche. Die sagt das so ein bisschen in meinem Stil, also mit einem Blick auf die Statistiken und eben natürlich auch den Abstiegskampf als Fan vom VfB im Abstiegskampf. Und dann ist ja ganz klar, 24. Spieltag. Ich tippe den gesamten Spieltag natürlich. Fokus auf die Abstiegskandidaten, was die Statistiken angeht und eben auf Bilanzen, Form der Klubs und so weiter. Und dadurch so ein bisschen daraus begründet, was in den Spielen jeweils gehen könnte oder eben nicht für die Abstiegskandidaten. Wir gehen wieder von oben nach unten durchtabellarisch, also starten mit Platz 14. Hertha BSC spielen zu Hause gegen Mainz 05. In direkten Duellen mit Heimricht für die Hertha gibt es ein Siegesplus für Berlin. In den letzten zehn Spielen heim- und auswärts gibt es einen ganz klaren Mainz 05-Vorteil. Duell Platz 14 gegen Platz 7 in der Tabelle aktuell, 15 Punkte Unterschied. Platz 14 der Heimtabelle gegen Platz 8 der Auswärtstabelle. Hertha, ja, schwankend in Form. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Diese zu Hause beide Siege, also sie sind durchaus zu Hause stärker, als sie es auswärts sind. Und Mainz aktuell stark in Form. Vier Siege, eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Letztes Spiel der Hertha 4 zu 1 bleibt in Leverkusen. Letztes Spiel von Mainz ein 1 zu 0 Heimsieg gegen Hoffenheim. Statistisch gibt es also tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung her, dass Mainz das Ding holen könnte für uns im Abstiegskampf als VfB-Fan. Wir wissen natürlich nicht, dass Hertha punktet. Letzte Woche auch schon gesehen gegen Hoffenheim. Die können Abstiegskandidaten. Auf Platz 15 kommen dann wir, der VfB Stuttgart. Auswärts geht es zu Eintracht Frankfurt. In direkten Duellen mit Heimricht für Frankfurt gab es auch doppelt so viele SGE-Siege. In den letzten zehn Spielen immerhin zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Es ist das Duell Platz 6 gegen Platz 15. Knackige 20-Punkte-Unterschied. Platz 7 der Heimtabelle gegen Platz 16 der Auswärtstabelle. Form in den letzten Spielen ergebnismäßig ziemlich schwach bei uns. Ein Sieg und vier Niederlagen. Kein Auswärtssieg seit Dezember 2021. Ist ja auch bekannt. Frankfurt aber auch, muss man sagen, durchaus schwächer in Form aktuell. Ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Letztes Spiel von uns. 1 zu 2 Niederlage gegen die Bayern. Die Knappe mit einer ordentlichen Leistung. Besserung im Vergleich zum Spiel auf Schalke. Letztes Spiel von Frankfurt. 1 zu 2 in Wolfsburg. Frankfurt natürlich Favorit. Sicher auch statistisch näher am Sieg. Aber ich glaube, wir können es doch, wenn man Leistung bringt wie in München, äh, wie gegen München, durchaus eine berechtigte Hoffnung vielleicht auf einen Punkt machen. Auf Platz 16 aktuell die TSG Hoffenheim. Die müssen nach Freiburg. In direkten Duellen mit Heimrecht für Freiburg haben sie dort doppelt so oft verloren. Letzte zehn Spiele dieselbe Tendenzen. Sieges plus für den Sportklub. Das ist das Duell Platz 5 gegen Platz 16 der Tabelle. 23 Punkte Unterschied. Platz 5 der Heimtabelle gegen Platz 16 der Auswärtstabelle. Hoffenheim vor den letzten fünf Spielen, ja, weiterhin beschissen. Fünf Niederlagen ist ja noch mehr als nur die fünf davor. Aber ich schaue immer auf die letzten fünf Spiele. Immerhin Hoffenheim in der Auswärtstabelle besser als in der Heimtabelle, wenn man so ein bisschen das als positiv raussehen will für Hoffenheim. Freiburg ist jetzt, ja, ganz okay in Form, sage ich mal. Zwei Siege, zwei Unschieden, eine Niederlage. Nimmt man mit. Und das letzte Spiel von Hoffenheim war eine 1 zu 0 Niederlage in Mainz. Und Freiburg hat gestern in der Europa League bei Juventus Terin knapp, aber wacker mit 1 zu 0 verloren. Statistik entspricht hier also definitiv unserer Hoffnung im Abstiegskampf, da es Konkurrent Hoffenheim verliert und eben Freiburg gewinnt. Auf Platz 17 aktuell Schalke 04. Die haben den Derby-Kracher zu Hause gegen Dortmund. In direkten Duellen mit Heimricht für Schalke im Derby hat Schalke auch öfter gewonnen. Also geschichtlich gesehen, das Duell ist ja sehr, sehr geschichtsträchtig. Letzte zehn Spiele geht die Tendenz klar zu Dortmund. Da gibt es mehr Siege für die Borussia. Das ist das Duell Platz 17 gegen Platz 2 der Tabelle. Da gibt es ordentliche 30 Punkte Unterschied. Platz 17 der Heimtabelle gegen Platz 2 der Auswärtstabelle. Schalke vor den letzten fünf Spielen ist stark. Zwei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage. Dortmund ebenfalls zuletzt eigentlich wirklich stark in Form. Vier Siege, jetzt eine Niederlage. Letztes Spiel von Schalke war ein 0 zu 2 Sieg in Bochum, ein sehr wichtiger. Dortmund nach neun Siegen sich die erste Niederlage einstecken müssen. 2 zu 0 Champions League aus beim FC Chelsea. Statistik und Derby-Charakter geben also irgendwie vielleicht durchaus eine Überraschung her. Zumindest habe ich mir auch so ein Gefühl für eine Überraschung. Samstag 18.30 Uhr, Hexenkessel auf Schalke. Man hofft natürlich auf Dortmund, sind auch statistisch schon alles, bundesiegermäßig, tabellenmäßig und so weiter, näher am Sieg dran. Mich würde aber eine Remis in Unentschieden tatsächlich nicht wundern. Den letzten Platz, Platz 18 in Bochum. Ein aktueller Aussatzspiel in Köln steht an. Schon am Freitagabend eröffnet den Spieltag. In den Heimspielen von Köln gegen Bochum ganz klarer Köln-Vorteil. In den letzten zehn Spielen die Bilanz auch eher auf Kölner Seite. Es ist das Duell Platz 12 gegen Platz 18. Acht Punkte Unterschied. Dazu ist es das Duell Platz 9 in der Heimtabelle gegen Platz 18 der Aussatz-Tabelle. Bochum setzt wirklich schlecht in Form. Kein Sieg, kein Unentschieden. Fünf Niederlagen. Man kann Bochum auch eine ganz klare Auswärtsschwäche attestieren. Köln schwankt in Form, sage ich mal. Ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Letztes Spiel von Bochum war eine 0-2-Niederlage gegen Schalke, die sehr bitter war. Aber Köln hat einen Punkt bei Union geholt, ein 0-0. Statistik passt hier also definitiv zu unserer Hoffnung im Abstiegskampf, dass Bochum weiterhin keine Punkte holt. Der Rest des Spieltags ist hier auch nochmal ausgefüllt und getippt. Natürlich auch die ganzen einzelnen Spiele genau getippt von Toren her. Hier habe ich ja immer nur die Tendenz eingetragen. In meinem Statistik-Check, sage ich mal, gerne eure Meinungen in die Kommentare. Natürlich auch Hoffnungen in die Kommentare, wie der Spieltag so ausgehen könnte. Ihr seht hier auch, wie die Tabelle aussehen würde, wenn der Spieltag so läuft, wie ich es getippt habe. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im Livestream zum Frankfurt-Auswärtsspiel in der Match-Reaction. Und bis zum nächsten Mal.